Willkommen zurück zu dieser beschissenen, kackblöden, missgebunden Stelle. Das ist meine vierte Anmoderation. Ich bin hier viermal runtergefallen. Das ist echt der Wahnsinn. Mal gucken, ob wir es jetzt besser machen. So, den haben wir. Und den Sprung haben wir auch, alles klar. So weit, so gut. Was machen wir hier? Speichern, ganz klar. Oh, können wir nicht. Jetzt noch verfolgen, jetzt können wir es. Jetzt hängen die alle da. Okay, versuchen wir es mal von der anderen Seite. Warte mal. Achso, da war verstecken. Okay, alles klar. Ich habe mich gewundert, dass da zwei Dinge aufgetaucht sind. Jetzt hängen sie aber alle wieder hier. Okay. Laufe, 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 laufe. Oh, 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 oh. Boah. Knapp. Okay, in so einem Fall speichern wir natürlich. Ja. Mit kleinen Schritten ernährt sich das Eichhörnchen oder so. Ich kann auch meinen Arsch hochhalten. So. Uh. Komm ruhig her. Ja, kleine Wichser. Oh, Alter, die zocken einer aber auch ab. Wie sagt der mich auf einmal so... Ich weiß es nicht. Okay. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe vor denen. Die anderen sind schön weit weg. Das wird hier etwas spaßig. So wie das da aussieht. Und ich bin hier so gut im Springen. Ui, ui, ui. Alles klar. Oh, schönen Haltrang. Den können wir gut gebrauchen. Ist das jetzt das Versteck? Da ist noch eine Münze. Ich nehme an, das war das Versteck. Da ist noch eins. Und da oben, okay. Ist da hinten einer? Vorne ist Sand. Wir sind aber voll. Ach, hier sind wir wieder. Kleines Orientierungsproblem. Nicht weglaufen. Okay. Ah, die hängen jetzt wieder auf einem Haufen. Oh, cool. Ja, vertreiben wir uns mal die Zeit mit Fackeln aus. Mal, als kommen die bei dir. Aber ich glaube es ja nicht. Oh, der Typ. Ja, komm her. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wo, daneben. Oh, wie gesagt, hast du gelaufen? Alles klar. Okay. Okay, hat mich verloren. Ich hasse diese Käfer. So. Endlich sind sie alle weg. Okay, warte mal gerade. Das Versteck war da hinten, ne? Gehen wir da erstmal gucken. Quasi genau unter mir. Da geht's aber hoch. Okay. Aha. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, hab ich gleich gesehen, dass da so ein Ding hängt. Cool. Und da war auch wieder Wurfmesser. Das ist doch sehr gut. Ach, das ist das Versteck. Na, ich denke mal, hier muss irgendwo eine Geimtür sein. Aber dabei ist das hier das Versteck. Da ist noch eine Münze. Schön. Ja, cool. Haben wir alle drei Verstecke gefunden. Können wir jetzt weitergehen. Ähm. Und wie sieht denn das hier mit dem Artefakt aus? Wir sind im Biadukt. Und die Artefaktzone sind die Docks. Und dann am Glockenturm. What? Okay, dann sehen wir wahrscheinlich zwei Fenster. In beiden Fenstern ist eine Statue. Die eine Statue schaut nach da und die ist es nicht. Und die andere Statue schaut nach da und die ist es. So würde ich das jetzt verstehen. Okay. Die Hämmern. Okay. so wurde uns anschleichen speichere ich natürlich noch mal denn wir sind stück muster auf speicher so steht das noch ein präsidiert ob es auf dieser shit heißt Hier drüben. Ich kann grad noch mal pfeifen. Du kommst mal hier so ein bisschen die Treppe runter. Da ist rechter schon. Wenn du mir nicht im Weg umliebst. Habt das für den nie eine gute Idee ist? Ich glaub nicht. Scheiße. Geil. Keine Chance gehabt. Da konnte ich nicht mal reagieren. Okay das war eindeutig keine gute Position. auf ein neues frisch gestärkt frisch wiederbelebt ich glaube nach dem letzten mord haben wir auch nicht gespeichert scheint so hat die laterne ist noch an also machen wir das noch mal gehen und dass wir diesen schönen bogen schützen alles klar kein problem runter mit ihr jetzt machen wir das anders wir sind ja im dunkeln und gehen dann wieder hier in die ecke doch schiss kommen alle drei die behinderten Alter, da sind die Behinderte. Oh. Fuck. Vielleicht soll man dir doch mal hier um die Ecke. So. Falls ich die hier bis hierhin ziehe. Ja, du kannst doch mal herkommen. What is going on? Es wird der Schilder denn dritten, ne? Ja, warte doch auf deinen Kollegen. Komm doch nicht die Ecke. Und der geht als erster, der war am nächsten dran. Wow. Das wird voll Idioten, ne? Okay, den letzten Mal, dass ich unter den Schilder konntest. Mach was so. Es ist voll scheiße, dass die ja beim Hinfallen dann nochmal ein Geräusch machen. Wenn jemand nah genug dran ist, dann hört er das. Okay. Einer weniger. Das ist zu weit weg. Da ist auch noch einer. Ja, die kriegen wir jetzt auch noch, die beiden. Ein bisschen näher sollten sie schon noch kommen. Okay. Der geht jetzt auch wieder. Ja? Nobody. Nobody knows, dass ich hinter dir bin. Shh. Genau. Sei ruhig. Sei schön ruhig. Ja. Und der Nächste ist tot. Den bringen wir jetzt hier um die Ecke. Verstehst du? Um die Ecke bringen? Mwahaha. Junge, bist du taub oder was? Alter. Alter. Komm schön hierher. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Stehenbleiben. Gott, diese AI ist echt der Wahnsinn, ey. Kann man gar nicht von künstlicher Intelligenz reden. Hier muss man schon sagen, künstliche Blödheit. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier hochkommen. Hier war doch irgendwas zum Klettern. Hier war doch was zum Klettern. Ich muss mich verarschen. Ich habe mich da echt ver... Da! Okay, jetzt sind wir hier oben. Und damit muss ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.